Guten Tag, ich bin Ander. Ich bin als Anarcho-Kommunist und revolutionär in Frankreich aktiv und will euch in Deutschland und ganz besonders in Dortmund zum 1. Mai meine Grüße und meine Solidarität übermitteln. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, findet bei uns in Frankreich gerade ein großer Kampf statt gegen die Rentenreform des Präsidenten Macron. Diese Reform ist der jüngste in einer Serie von Angriffen gegen die Rechte unserer Klasse. Jetzt wollen die Bosse uns arbeiten lassen, bis wir sterben. Wir sagen genug. In Frankreich bekämpfen wir nicht nur diese Reform, sondern auch unsere Regierung. Manche sagen sogar, dass wir in einer vollrevolutionären Lage sind. Aber wir müssen nun weiter denken, denn die Wurzel all unserer Probleme heißt Kapitalismus und Patriarchat. Und dieses System betrifft uns alle, egal ob wir französische oder deutsche Arbeiter und Arbeiterinnen sind. Unser Kampf in Frankreich gibt uns die Möglichkeit, jetzt einen direkten Sieg gegen die kapitalistische Klasse zu erringen. Ein Sieg hier wäre auch ein starkes Signal für das internationale Proletariat. Doch um zu gewinnen, brauchen wir auch eure internationale Solidarität. Denn dieses weltweite System können wir nur vereint besiegen. Unser nächster Aktionstag ist am 1. Mai, dem internationalen Kampftag für die Rechte unserer Klasse. An diesem Tag habt auch ihr die Möglichkeit, eure Solidarität mit unserem Kampf zu zeigen. Denn in Dortmund wird es unter dem Slogan Streiken wie in Frankreich am 1. Mai einen kämpferischen Blog auf der Demo der Gewerkschaften geben. Kommt dazu und seid so laut, dass man es bis hierhin nach Frankreich hört. Wir werden bis zum Sieg kämpfen. Für unsere Rechte, für unsere Leben, für unsere Freiheit. Vive la Lute de Klasse et vive la Revolution.